Rauch strömt um kurz nach neun Uhr aus der Toilette, verteilt sich im ICE. Die Bundespolizei hat mir gesagt, kurz vorher war ein Mann auf der Toilette. Es ist noch unklar, ob er geraucht hat und die Kippe dann in den Mülleimer geschmissen hat. Vielleicht hat er auch gezündelt. Er hatte jedenfalls eine Zeitung dabei und im Eimer waren Zeitungsreste. Acht Leute atmen den Rauch ein, aber niemand muss ins Krankenhaus. Eine Zugbegleiterin löscht das Feuer.